Im Zeichen der Pandemie startet das Jahr 2021 mit einer knallharten Forderung von Moped-Travel. Aber seht weiter. Ich habe die Alpen erwartet. Und was sehe ich? Keine Alpen. Keine Alpen. Man kann gucken wo man will, da keine Alpen, da keine Alpen. Nirgendwo sind Alpen. Können Sie mir das irgendwie erklären? Weiß ich auch nicht. Wir dachten auch hier sind ein paar Berge, aber jetzt sind wir hier. Keine Berge da. Also jetzt müssen wir gemeinsam Berge suchen um zu gucken, wie wir damit klarkommen. Das stimmt. Vielen Dank. Wo geht es denn überhaupt zu den Bergen? Wo muss ich denn hingehen? Weiß ich ja nicht. Wir wissen es auch nicht. Das ist ja das Problem. Wir gucken. Wir gucken einfach mal. Danke. Alles klar, wirst du. Naja, diese Forderung ist ja nun mal kräftig in die Hose gegangen. Nicht so die Alpenpestatur rund um den Mittelstädter See. Die Goldeck Panoramastraße hat ihre ganz eigene Anmoderation bekommen. Live und vor Ort. Hallo zusammen. Die Goldeck Panoramastraße macht ihrem Namen alle Ehre. In unzähligen Kurven windet sich die 16 Kilometer lange Strecke den Berg hoch. Ein Ausblick hinter der Kurve ist schöner als der andere. Ein sagenhafter Weg und eine lohnende Ausfahrt. Die Wilacher Höhenstraße ist das nächste Schmanker dieser Reise mit herrlichen Ausblicken auf die umliegenden Berge. Natürlich lernt man bei so einer Ausfahrt auch den ein oder anderen Gesinnungsgenossen kennen. Hier jemand aus Deutschland und da jemand aus Österreich. Nichts ist atemberaubender und schöner als die Großglockner Hochalpenstraße. Sie darf einfach bei so einer Tour nicht fehlen. Nichts ist höher, nichts ist schöner und nirgendwo gibt es bessere Ausblicke auf mehr Tausender, die allesamt schneebedeckt sind. Aber MopedTravel war nicht nur auf den alten Pässen Kärtens unterwegs. Wir haben auch RaceCamp Racetrack Events begleitet auf den verschiedenen Rennstrecken in Europa. Haben dort interessante Menschen kennengelernt und einen ganz besonders eifrigen Hund, wie man hier sieht. Die Rennstrecke in Most hat dazu ein ganz besonderes Lifefeeling vermittelt. Hör da mal rein. Ich stehe hier an der Rennstrecke in Most und hier läuft gerade das erste Rennen der Teilnehmer von RaceCamp Racetrack. Und die Jungs und Mädels gehen ganz schön zur Sache. Wir haben zwei Tage jetzt hier geübt und jetzt zeigen sie, was sie gelernt haben. Das absolute Highlight des Jahres war allerdings unsere Umrundung der Ostsee. Wir sind über Dänemark nach Norwegen gefahren, haben dort übergesetzt die norwegische Riviera besucht und ganz viele hervorragende Eindrücke dieses Landes mitgenommen. Der Trailer zum Film, den ihr hier seht, sagt mehr aus als alle Worte, die diese Reise umschreiben können. Mit Bildern von in diesem Jahr sehr stürmischem Nordkap mit Windstärken bis zur Windstärke zwölf fliegenden Kieselsteinen und unheimlichem Kieselsteinen. Und mit unheimlich ungemütlichem Wetter möchten wir uns für dieses Jahr von euch verabschieden. Nicht ohne euch ganz zum Schluss noch einmal ein persönliches Bild eines Sees in der Abendstimmung in Finnland zu präsentieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017